Als Bibelleser weiß ich, wo Bilder, Färgen in Gottes Wort gebrückt wurden, um welche Gedanken zu beschrieben, so dass wir die Bete verstehen können. So, vielleicht kann ich mir helfen, wo wird Jesus in Gottes Wort beschrieben? Womit wird er verglichen, so zu sein? Jesus als uns? Erläuser? Ja, so das sind Dinge, das sind Positionen, die Gott hat, aber wenn Gottes Wort an Bilder redet, wo wird Jesus beschrieben? Hier ist es wo? Das Licht? Ja. Wo meint das? Wo ist Jesus das Licht? Ja, das ist ein klare Fehlbild. Er geht an das Licht, sodass er seine Wege verstohlen und reich leben kann. Wo noch? Schubhaut. Ja, klar, er ist an das Schubhaut. Er lädt uns, er führt uns. Wie ist es an seiner Schub, right? Als er heute kennt er, wer in seiner Schub sind, wer nicht sind. Wo wird er noch beschrieben? Leif. Ja, er ist Leif. Wo wird Gottes Wort beschrieben? Was ist Gottes Wort? Das ist das Braut. Ja, Braut. Woran wird es als Braut beschrieben? Ja, wie man Gottes Wort hat, right? Um wieder zu leben, jäßlich zu leben. Ja. Um uns erstens zu bekehren, aber dann auch lebendig zu blieben, jäßlich lebendig zu blieben. So, wir sollen, dass diese Bilder an Gottes Wort zu finden sind. Und von dem, wo wir ein paar Bilder untersuchen, die uns helfen können, Gott ist gemeint, Gott ist treuigbeter zu verstehen. Und das sind zwei Hauptbilder, die wir studieren wollen. Der gemeint aus Gebiet oder Tempel. Und auch der gemeint aus Charpa Christi. So, erstens, wo wir Gottes Tempel betrachten. Wo ist der gemeint Gottes Tempel? Weil wir los in Eier, in 1. Korinther Kapitel 3, verschnehen. Paulus sagt, wir sind Gott seine Matarbeiter, und die sind Gott seine Ackerweig, und Gott seine Büweig. Und dann sagt Paulus an den falschen Saßtieren und Säventieren. Weit ihr nicht, was die Gottes Tempel sind? Und Gott sind jetzt an den Wund, wer Gott seinen Tempel zu schont merkt, den merkt Gott auch zu schont. Gott sind Tempel als hellig, und die sind dein Tempel. So, wie weit noch Paulus zu den Christen in Korinther schrieben, wie es heute Gott sein helles Tempel nennt? Nicht alle Menschen sind Gottes Tempel. Oder sind die Ola? Boste, die am Ohn nehmen, krieg. Das Wort, was hier aus hellig übersaat wird, er sagt, wir sind Gottes in helles Tempel. Aber das Wort, was hier aus hellig übersaat wird, meint, ab was gesagt oder ab was gestalt. Also, dort, was hellig ist, wird ab was gestalt. Ab was gesagt. Und das griechische Wort, Ekklesia, wird hundert und neunmal im Niedentestament, als ihr meint, er versaat wird, meint, rütt ihr raubt. Ekklesia ist auch ein spanisches Wort, nicht? Ekklesia, wird einer sein. Oder mein Tjeik, right? Das griechische Wort ist Ekklesia, und dort meint, rütt ihr raubt. Und diese zwei wird wissen, dass Christen sind von Gott, ab was ihr sagt, und von der Welt rütt ihr raubt. So, der Postkrieg, mit Wort Petrus, Ewa Christen, an 1. Petrus 2, vor Schönen, in Tieren schreibt, er sagt, ob ihr seid ein ütgewildet Volk, den kann ich sein Priestertum zu sein, ein helliget Volk, Gott sind eignet Volk. Doch die anderen seien, wo wundervoll das ist, der in ütendüstern Rüttgerad in einem sein wunderbares Licht gestalt hat. Die teilten einmal überhaupt nicht aus einem Volk, nur über sind die Gott sein Volk. Die stunden teilen, nicht unge der Gnud, nur über haie Gnud gefangen. So, Gott raubt alle Menschen, er upenbord alle Sinder, ihre Sinden, und hupt, dass sie ihre Sinden bereuen wollen, dass sie Gott bekamen wollen, und Jesus seine Vergebung freuen wollen. Und wenn wir dort daun, wenn wir Jesus Christus auch nehmen daun, dann merkt er uns, dass ein lebendiger Stein in seinem Tempel, right? Und du hast doch Gottes Gnud, und Gott ans von der Welt, in unsere Sinden, in drei Truppen, denn wir haben das nicht verdient. Wir haben das nicht verdient. Paulus sagt uns klar in Epheser 2, hier sind durch Gott seine Gnud gerät, wie es ihr glauben, dass es nicht durch ihre Wolken, dass es ein Geschenk von Gott, dass es nicht in Wolken, so dass keine Üzerkraft sich selbst zu liefen, dass euch dort wie mein Christus Jesus verbunden sind, hat Gott ans Nie geschaffen, und in einen Stund, ihr versagt, dass wir Gnudet daun können, in Niesel, wie auch du nur leben, sagt Paulus. So das ist ein Gnudgeschenk, dass wir keine Fahnenwelt rüttiert worden, zu was nie gemerkt worden, und zu Gottes Feucht gehören können. So das ist ein Geschenk Gottes, das ist ein Gnudgeschenk von Gott. Jeder Tempel oder Stort macht einen Hahn, der dort gegründet und geplund hat. Right? Merkt es? Du musst einen Pluner sein. In Hebräer Allferschen lesen wir von Abrahams Glauben, und der Tag kommt, die Stort Gottes. Und du so sagst, in Hebräer Allferschen, dort Abram lüht auf eine Stort mit vollsten Gründen, der Gott Salz, Plunen und Bühlen würde. So wer ist der Gründer über Gottes Keuch und gemeint, wer hat das gegründet, geplund? Gott Salz, sage ich das hier. Und du, wenn wir ab am Gönster Freude an Salten zu wohnen, denkst du, wer ist der Titel, wie noch nicht gekommen, wo Jesus Christus kommen wird, und seine Gemeinde ab dem Pfosten, Stein oder Fels zu gründen. So du, wenn wir ab am Gönster Freude bloß in einer gewöhnlichen Zelt zu wohnen. Aber er lüht nun, dass Jesus kommen soll. Daniel Warner, was er von uns haben, von Amt, sie hielt, er war ein Pionier von der Gemeinde Gottes und er erklärt folgendes, er war wohl und wenn er Gott seine Gemeinde gründet. Er sagt, im Jahr 32. nur Christus, euer Vers sieht Jesus auch meine Gemeinde bühen. Und von 59. und du wieder seht in der Apostel die sind Gott sein bühe wo ich. Ein Hedjet Tempel. So das wies uns dort Gott seine gemeint zwischen diese Jahren 32. Christus und negen 50. Christus gegründet habe. Was ist zwischen der Jahren passiert? Was hat Jesus in der Jahren getan? Nach fahr dem ob das reich wo muss Jesus ihr stehen für uns eier hei warte nicht ja ihn muss ihn leben für andere sind und leben ja und Jesus sind dort und Jesus sind laut von anderen sind los worden und dann ist die Sitzbruder dann nur dem in Jerusalem haben die Jünger und Gott ist jetzt auch gekriegt so diese zwei Dinge sind so wichtig Jesus sagt ich mein gemeint bin ich mein Leben habe ein das je bequeren kann und so ich ein Kro von Bufen schenke und so büht Jesus ihr gemeint das sind blöd und das sind krok und Gott ist nicht bloß die Gründe von dem gemeint wir losen eier dass Jesus auch das Grund lehr Fundament oder Grund ist für die Kro ist die Kro 3 verset 10 und auf habe ich am Anfang gelesen und du aus Gott mich nur die Gäufe sagt Paulus habe ich den Grund geleitet als ein weser Bürgmeister ein anderer büht der büht wieder über einen versächtig sein welcher der büht hat keiner kann einen anderen Grund leihen als der der ist Jesus Christus er sagt ich kann diesen Grund für ihn geleitet ich kann ihm Gottes Wort gebraucht wer Jesus Christus 18 wird heute für uns gebraucht und Epheser 2 22 sagt Paulus dann sind die nicht meine fremde wohnen oder über Madberge mit der hellen gläht in Gott seiner Familie der ab den Aposteln in der Propheten er Grund gebüht ist worum Jesus Christus selbst der reichte Eichstein ist durch den der ganze büht taub hält und wust so dass es für uns den Gott am Geist eine Wohnung hat so war er wie sind ab Jesus Christus gebüht und he hält sein Tempel taub alles das ist der Eichstein right und nun Eichstein wird der ganze gebüht he hält uns taub Jesus Christus ist der Reich der Eichstein in Gründ für seine Gemeinde und dort meint dort waren wie Christen waren seine matten wie ab sie bühen Jesus früch seine jenge mull wer seien die menschen dort sie und was seien die was seien du bist Elia und seien du bist ein Prophet und und seien du bist Johannes der Deip und Jesus sagt Jesus über wer sei jeder sie und was sagt Petrus dann du bist der Christus den lebenden Gott sie seien und dann sagt Jesus zu Petrus soll ich du Simon Jonas ihn sehen du hast du nicht von Menschen gekriegt dort hat mein Fuder im Himmel die oben bohrt und sei die du bist Petrus und auf diesem Stein wo ich meine Gemeinde bin so diese Wort hat Jesus Gottes sehen ist in Christus ist als der Grundstein worab Jesus seine Gemeinde bin dead Tempel beschrieben und auch aus Charpa Christi Epheser 1 22 23 Gott hat den Herrn Jesus alles unger die feit gelegt und am aus Verste immer sind gemeint gesagt die gemeint ist in Charpa in dem he selbst lebt du seid euch arm und von arm alles gekriegen haben so woran brach Paulus das Bild hier dass Jesus in sin gemeint ist ein Charpa sagt das sagt hier an dem hei Salz lebt so Jesus Christus als Salz in sin charpa dort sei darch arm und von arm alles gekriegen haben in Christus ans Kopf an sin charpa glieder kontrollieren dead kontrolliert Christus sin charpa right in Klossau 1 18 erklärt Paulus der gemeint es Jesus sin charpa und hei es de Kopf oder haupt von am kem tot leven und hei es die so weil wir das Bild nie betrachten wort würden wir daun wenn wir unseren Kopf nicht hohen manchmal feitern bitte nur nicht wenn wir nicht verjetzt am sand oder nicht viel maut haben und wort daun dann fehlt der Wort vielleicht aber ans Kopf ist noch du nicht einmal vielleicht klar wir matten ans Kopf haben right unsere Narven Gedanken Hohndungen sind vom Kopf oder Gehirn kontrolliert und du wein kevigun und eten und schofen und reden und so wieder aber ohne unseren Kopf würden wir nichts stellen und ohne Christus konnte gemeint in Wirklichkeit nichts stellen Wir lesen in der Feier 15 in Sastien wir wollten in einem leif tollen die die Worte verbreiten und wir wollten an alles abwursten in Christus ähnlich worden die ans Haupt ist oder Kopf ist und in Christus seine Kontroll posten alle Glede um die Körbe taub und die ganze Körbe wird durch die gelenke taub gehören und wenn jeder glatt geht wo das kommt dann wo ist die Körbe im Büt und Läuf ab so uns fehlt Jesus und wenn wir taub schochen und wenn wir einen unterneutigen haben das ist ein Körbe und wir taub schochen sind das ist ein Körbe und Jesus kontrolliert das ist ein Körbe dann ist uns viel deutlicher zu verstehen wo Jesus weil sie gemeint haben und wo wir taub schochen sind wo er da schochen will und wenn Christus der Kopf ist von der Gemeint dann sind King Gottes die Körbe gläder 1. Korinther 12 Vers 12 sagt dass ein Körbe ein Gönst ist weil viel gläder ist und all die gläder so viel sind ein Körbe sind so ist mit Christus so Gottes Wur sagt dass sind Körbe ein Gönst ist wir sind ein nicht sein das meint nicht dass alle das das Denken sollen oder dass wir das Jesus denken sollen wir sind ein und wenn wir ein Gönst sind wo dann gab es so viele verschiedene Geugen von der und da die waren nicht hübschofen habe ich mal von gehocken gehört wo Spöllungen gewahr sind bloß wen Menschen nicht wollen hübschofen oder dort vielleicht du mit eine Strie zwischen Lehra schwir right ja da gab so viele verschiedene Trübers an ich mache manchmal wir hatten leichter durungen dass Menschen einen anderen Kopf aus Jesus wollen oder sie wollen unsere Lühe haben das was Jesus gelüht hat was sie wollen sich selbst am Kopf merken und Paulus sagt über in Klasse 2 verschnitten sind Menschen die sich nicht an Christus den Kopf hören noch eine Frage obwohl Gott eine gemeint hat die immer noch verschiedene lokale Körgeln Jesus sehen Nicodemus Gott seine Leib für diese Welt als er graut seinen einzigen Seen geif dass alle die nicht verloren gehen aber die wir leben haben so alle die durch Christus geraten sind die hören zu Gott seine Körgeln und über was sie körgen und über wir wollten dass verschiedene Körgen in eine Stadt geben kann so dass verschiedene lokale Körgen und wenn wir wollten dass all die an Jesus Christus glauben und Jesus Christus das hören bekan und dort was Jesus Christus sagt to Gottes Körgeln dann dann worum gibt es dann verschiedene Körgen über die ganze Welt so manchmal gibt es verschiedene Körgen verschiedene lokale Gemeinden wenn es Gott der Welt so groß ist wir haben eine nächste Körgeln in Bolivien wir haben drei Säger wir haben eine nächste Körgeln in Edmonton wir haben eine nächste Körgeln in Bolivien und wir schaufen die Körgen drauf das verschiedene lokale Körgen und über eine Stadt konnte was die Körgen sein wird nur eine Leer haben und die schaufen dann nicht ganz drauf und in Wahrheit geht das mein Wort bei Einer wird denken dass all die Kinder Gottes würden taub schaufen wofür mai würden wir nicht tun können all die echte wahr geborene Kinder Gottes nicht können taub schaufen und beferden das sind menschliche Dinge die Kinder in Neuen Höllen sind Dinge die nicht so wichtig sind und manchmal gab dort verschiedene Kinder Gottes und verschiedene Körgen obwohl in Deutsch Körgen die Wörter nicht mal gepredigt über die blieven dort und die Körgen woran blieven die dort obwohl die Gaut wollten dass die Wörter nicht mal gepredigt wird die kann nicht nicht unter Körgen so ist es immer gewaß das ist eine andere Antwort woran noch die haben vielleicht Menschen fach und was noch Ja 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 Am Anfang seht dort dort wurde gemeint rüht geraubt heute wenn King Gottes wollten dort dort wird an deiner Körgen nicht reine Liermeier ist was gepredigt wird würden die nicht selbst von der rüht kommen und dann sich mit anderen King Gottes help halten was Gottes wird taten und dort werden was Gott von an verlangen ideally wird eine sein ich wollte meine Eltern die sind nach ihr knia und ich sage nichts gegen die aber als ich sah da du nicht wirklich eine reine Lier zu fingen wir ich wüs mir wird klar ich muss von der rüht meine Eltern die wollen das nicht die wollen das nicht aber für meine Säule muss ich das tun dort wurde gemeint heute rüht geraubt dort wurde hell ich meint abhut gesaat das wird Gott für uns verlangt wir sollen von Fenstern rüht kommen in dort Licht kommen was Jesus Christus ist wenn alle waren die Christen zu Jesus in die Kirche hören und bloß Gott nicht weiten der wer seine Kinder sind nie hat noch eine Frau verjuhnt wer kann dann der Magdeleiter eine Gemeinde anschreiben Ja Offenbarung ja Ich will besser für uns lesen Ich will mit Offenbarung 21 27 anfangen Offenbarung 21 vers 27 In keine Weit kriegt wenn ein Mensch sich bekehrt oder am Hört sind und dort die sind wird uns vom Himmel rüht oder uitschlüht und dort Offenbarung 21 27 sagt Im Himmel wird nichts gemeint oder anregnet und auch keiner der schont hofft die Dinge aufrecht und lieh dort über bloß die die an dort Jesus Christus sein Lebensbuch eingeschrieben sind bloß die 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 wurden sind wurden an Himmel leuten und verneuer wurden an Jesus in Lebensbuch eingeschrieben ja kreik wann wir anspektieren dann wann Jesus an seinen Sinnen weich nehmen das und das wurde nicht gemerkt hat dann kreik dann wird er an seinem Buch angeschrieben und wenn er war nun von sin biog rüttgen um wann wir sind jen down right wie kreik right wie dann das selbst wie entschieden selbst Gott a juhusam zu sein wann wir sind jen down und dort antwort dort machen wir reichen mehr nicht und dann das an sin buch nah bloß Gott hat seine gläder anschrieben und rüttgen 1. Korinther 12 Vers 18 sagt ober nie haft Gott dort mit der gläder am körper so taub gestalt als hei dort für gelt befangen hat wer haftet du tun Gott Apostel Geschichte 2 47 der Haar brach alle Sonne an die Gemeinden der du seid dich worden wer haftet du tun der Haar nicht Petrus nicht Johannes nicht Paul Gott in der Hebräer breit schriebe erklärt in Hebräer 12 Vers 22 23 So wenn wir zu den Beuch Zion zu Gottes Tempel und Christi Kärpa gehören dann weit wir dort an den Himmel geschreven sind und bloß Gott allein kann nur in seinen Beuch nennen und rüten nehmen und wir machen niemals Menschen vertreten dass andere uns vom Himmel utschluten worden wir es dort allmählich ist dort Menschen dort tun wir wollten dort tun weil Gott von uns verlangt er will uns halten er soll sein wie jetzt ich wursen jetzt ich tun nehmen soll wir sollen nicht Menschen fürcht haben so wird es Gott sie nicht meint mit das schlut er dort ist ein helles Tempel Gebiet und wird gemeint und hellig und Jesus robt uns von der Welt und voll lehr rüht dass wir seine gemeint hören können in diesem Tempel Gebiet hat Jesus selbst durch sein Evangelium von seinen Tod von seinen Abstuhren und von den Hellen Geist gegründet Jesus und seine Evangelium sind Grünstein worauf der gemeint Gebiet ist und wenn wir uns betiert haben dann die hier wie auch da haben wenn wir auf andere Menschen bünen dann die hier wie nicht der Christus und die gemeint ist auch ein Kerber wo Gott den Kopf ist und alle Waren Christen die Kerber gläht sind so dass ein physischer Kerber nicht ohne den Kopf tun kann auch die gemeint nicht ohne Christus tun Gott allein weiß wann wir ans beküren tun und sind und wenn Gott allein nur mit sind und rüht nehmen und wenn wir zu Gottes oder so zu sein gemeint Gottes hier und das meint wie Gottes Tempel hier hier und meint wie Gottes Leib oder Kerber hier und dann haben wir so viel Öse wo wir ans frem gehen right geht das schein wann wir Gott hier ja the dead das ist eine schwere lehr von der je warst nicht ist an ob sei stelle von der je warst und war das eine wichtige lehr der heute rüht die raut a port gesaht für jesus christus der ans leib hat amen